Hallo Freunde! Begrüßt euch mit einem kleinen Video von TWF. Ist am Finger Wrestling Spiel. Ja? Wenn du so sagst, Colonel! Und jetzt, meine Damen und Herren, auf die Mets! Lass uns bereit sein! Ist ein sehr lustiges Spiel! Sonst geht es uns voll auf die Kaule aus, ey! Hier seht ihr den speziellen Spin! Komm, jetzt machen wir ihn fertig! Was ist das denn? Als wenn ich eine Tour nicht gewöhnt habe, dann müsste ich eine Tour nicht gewöhnen wollen. Aber es ist lustig! Hey, was machst du? Noch mal! Ich hab gewonnen! Ich hab wirklich viel viel im YouTube davon! echt lustig also das macht doch kein Spaß aber jetzt spinnen also ich verabschiede mich für dieses kleine Kurzvideo und spielt man das selbst es ist recht witzig also ciao Leute